Elena, kommst du klar? Millenia? Ryudo? Warum hat Millenia mich gerettet? Ich verstehe ja, warum sie dich gerettet hat. Aber warum mich? Ich wollte sie loswerden. Ich wollte, dass sie geht. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe nur an mich gedacht. An meine Sicherheit. Warum sollte sie mich retten? Mach dir keine Gedanken darüber. Marek und Millenia sind fort. Wir haben jetzt zwei Charaktere mal eben aussortiert. Was erwartest du eigentlich von mir, Millenia? Marek ist tot. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ein Herz ist. Wir haben eins platt gemacht. Das war Selin. Aber es ist mit Kummer gefüllt. Ich wünschte, ich hätte nie davon erfahren. Marek, du hast mir bereits zweimal gezeigt, was es bedeutet, ein Herz zu haben. Marek und Millenia haben beide gesagt, dass wir leben sollen. Ich weiß nicht wie, Ryudo. Was kommt als nächstes? Das ist ein Teil des Lebens, genau das nicht zu wissen. Ich weiß nicht. Aber wir müssen handeln. Wie Marek schon sagte, es gibt etwas, das ich tun muss. Auch wenn ich mein Leben verliere, ich muss handeln. Ja, da ist etwas. Was denn? Gut, wir haben jetzt zwei Charaktere aussortiert. Gut, dass ich gerade Marek auch nochmal mitgelevelt habe. Bitte, was? Was war das gerade? Miss Sanka? Nö? Nö, ach da. Bringt SM von Mareks Aktion zurück. SM. Ähm. Das ganze Spiel über hießen die Dinger SC. Gut, wir bringen SM für Marek zurück. Das dürften ja ein paar sein. Alles klar, das sind ein paar. Ähm. Dramaturgisch auf jeden Fall sehr gut gemacht. Hat mir gefallen. Ach ja, und das Schwert ist jetzt natürlich kaputt. Das Grönner Schwert. Was ist das? Das kann nicht sein. Sie müssen mit uns heruntergekommen sein. Wenn das so weitergeht, bleibt kein Stein auf dem anderen. Verdammt, mir reicht's. Es soll keinen Schrecken, kein Kummer mehr geben. Wir werden sie aufhalten, das schwöre ich. Eine ganze Armee ist sportlich. Also eine Armee von Viechern quasi. Ist hier noch irgendwas? Kommt man da rüber? Kann man hier noch was sammeln? Wir haben ja Zeit. Es ist ja absolut kein Zeitdruck hier. Kann man nichts zerhauen? Okay. Nichts. Leere Fläche. Was ist denn das? Nichts. Gut. Ich dachte, man könnte da vielleicht rein. Hier liegen irgendwelche Bruchstücke. Sind das Teile vom Schwert, die hier so verstreut liegen? Na gut. Gehen wir weiter. Nach Ost-Silesia. Königreich Zyrum. Erstmal in Skadein. Wir gehen erstmal shoppen, natürlich. Wir brauchen ja jetzt die ganzen Hellebarden nicht mehr. Oh, bitte kommt rein. Ich habe hier tolle Angebote. Die Stadt wird niedergebrannt. Aber nochmal schön was verkaufen. Glühenschwert. Eiszahnschwert. Tor ist schwert. Hm. Macht mehr. Also ja. Blitzbasiert. Eisbasiert. Also Blizzard. Blitzbasiert. Und Feuerbasiert. Aber das macht halt den meisten Schaden. Also wer damit? Dekalogstab. Wer ist Deka und warum log sie? Magie-Angriffsblock-Effekt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich bin fast dafür. Graben auf alle? Ich habe das glaube ich schon mal gefragt und keine Antwort bekommen. Also ich habe es nicht festgestellt. Wird das gecastet beim Angriff? Das Graben? Keine Ahnung. Ich bleibe glaube ich bei dem. Ich finde das mit dem Magie- und Aktionsblock-Effekt eigentlich ganz gut. Auch wenn wir natürlich kaum mal irgendwo was angreifen. Und die Beweglichkeit geht hoch. Schwertbrech. Das ist ein Dolch, oder? Kommt Rowan noch mal wieder? Nehmen wir mal mit. Der kommt sicherlich noch mal wieder. Meine Stimme wird sich freuen. 122 Wind basiert. Und dem Mondschuriken. Äh, ja gut. Mehr Angriff, mehr Aktion. Hör damit. So, das da zu Rüstung. Moment, wir hatten noch eine Engelsruhe. Meine Waffen werden dir gute Dienste leisten. Viel Glück. Wir hatten eine neue Rüstung gefunden. War eine Robe. Da. Senkt die Beweglichkeit. Stellt etwas HP im Kampf her. Und heilige Kleidung. Na, ich weiß ja nicht. Resistenzkleid. Engelsrobe ist besser, aber das Resistenzkleid ist halt auch echt nicht schlecht wegen Resistenzen halt. Wir lassen das glaube ich erstmal so und gucken, was der sonst so anzubieten hat. Ähm, auch eine Rüstung. Aura-Rüstung. Erhöht Kraft von Aktionen. Oha. Ja, zieh die mal an. Charisma-Helm. Beste Ware aus Zyrum. Senkt aber irgendwas. Mag Stöckelschuhe. Ich mag auch Stöckelschuhe. Was? Okay, die sind auf jeden Fall besser als das, was Tio anhat. Aktion wird gesenkt. Ja, das finde ich aber nicht so nett. Dabei auch. Verteidigung und Aktion hoch. Angriff runter. Ja, ziehen wir mal an. Schmuck. Herkules-Gürtel. Shotgun-Armreif. Temporing. Aktion ist natürlich gut, aber die haben sowieso sehr spezielle Schmuckstücke an, glaube ich. Ah, brauchen wir nicht regional. Brauchen wir auch nicht. Haben wir noch nie gebraucht. Haben wir zwar zwischendurch ein paar Mal gekauft, aber nie benutzt. Ja, weg. 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 Ich glaube, sie hat was... Ja, 45 kommen. Weg. 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 Die braucht man natürlich gar nicht mehr. Der ist ja weg. Das behalten wir. Rüstung. Weg. Weg. Ja, Resistenzdingen haben die an. Das lassen wir mal. Weg. Schauen wir uns an. Warum verkaufe ich das eigentlich? Braucht das Geld überhaupt nicht? Mach Stiefel. Göttliche Stöckelschuhe. Ah, gucken wir uns eben das Diadem noch an. Haarschmuck aus Lapislazuli. Mondschein-Diadem. Priesterwut. Das ist schlechter. Wir gehen. Tschüss. Gut. Dann gehen wir jetzt gegenüber ins Gasthaus. Aufladen und speichern. Ah, endlich Feierabend. Was? Noch mehr Gäste? Ich serviere nichts mehr, aber ihr könnt euch selbst bedienen. Es ist völlig sinnlos, dass wir überleben bis zum Ende der Welt. Warum sind wir hier so unbekümmert? Ich dachte, die Stadt brennt. Gasthaus von Zyrum. Raus hier. Können wir Gasthaus-gemischtwaren laden? Okay. Burg von Zyrum. Wahrscheinlich dahin. Natürlich reden. Ist es das, was uns nach unserer Flucht aus St. Heim bevorsteht? Ach ja. Die sind ja vom Papst hierher geflüchtet. Ja, ist ja alles wunderbar aufgegangen. Wieso ist unser Herr Grenas so furchtbar grausam zu uns? Weil er tot ist. Wieso nur? Weil er tot ist. Den gibt's gar nicht. Vater der Mau. Ich hatte gerade erst bemerkt, dass sich der Himmel verfinsterte, als auch schon diese schrecklichen Dämonen erschienen. Geht es dir gut? Bist du verletzt? Ruhig nicht bewegen. Ich bin verletzt. Oh. Was ist mit meinem Sohn? Ich muss meinen Sohn finden. Er ist mit einem Freund unterwegs. Wollte etwas besorgen. Okay. Diese arme Frau. Sie... Oh, es tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Es tut mir so unendlich leid. Elena, hör auf damit. Dies ist nicht deine Schuld. Reiß dich zusammen. Aber... Aber es ist meine Schuld. Halt diese Leute. Es ist meine Schuld, Rijudo. Das kannst du dir schon einreden, aber du bist halt manipuliert worden. Vater, Mutter, wo seid ihr? Helft mir. Ich hab Angst. Armes Kind. Sorge dich nicht. Alles wird gut. Oh, es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Es tut mir so, so leid. Diese Bastarde. Sie zerstören einfach alles. Wir müssen schnell zu Rowans Haus. Also zum Schloss, ja? Das kleine Haus. Oh. Seid ihr nicht Freunde seiner Majestät des Königs? Ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Nicht wahr? Im Augenblick wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Scare hat recht. Wir wissen nicht, was als nächstes geschieht. Bleibt wachsam. Ist das hier so eine Art Albtraum? Ich sah, wie sich der Himmel verfinsterte und schreckliche Monster in die Stadt flogen. Okay, beruhig dich. Wo sind die Monster hin? Über die Brücke. Zur Burg. Rijudo, wir müssen uns beeilen, bevor sie die ganze Stadt zerstören. Sohn der Mau. Ich war mit meinem Freund unterwegs, um etwas zu besorgen, als plötzlich diese Dämonen vom Himmel herabstießen. Mein Freund ist verschwunden. Das ist meine Schuld. Meine Schuld. So armen Leute. Ich. Ich. Ja, Elena zerbricht gerade so ein bisschen. Beruhige dich, Elena. Es ist nicht deine Schuld. Nichts davon. Wichtig ist jetzt nur, dass wir diese verdammten Monster töten. Dafür sind es zu viele. Können wir dem Vater sagen, dass sein Sohn hier ist? Yo, Vater. Mein Sohn, ich muss ihn finden. Er ist bestimmt irgendwo ganz allein, hilflos und wein. Nee, der steht da hinten und sucht aus seinem Kumpel. Na gut. Ah. Welch gewaltige Kraft. Was sollen wir tun? Meine arme Stimme. Rowan! Ryudo, was machst du denn hier? Später. Bin beschäftigt. Du kannst ja schon mal ein Lagerfeuer machen. Wird viele Leichen geben, wenn ich fertig bin. Schön, dass du wieder da bist. Oh, mit Rowan. Der hat da bestimmt nichts ausgerüstet. Immerhin Hälfte. Hast du in der Zwischenzeit was Neues gelernt? Wahrer Drachenaufst. Also, true wahrscheinlich. True Dragon Rise. Sieht das beeindruckender aus als vorher? Ich fand das ja vorher relativ cool. Und? Du hast auch was Neues. Okay. Hier geht's. Hm, fast. 500, das schaffst du so nicht, aber das solltest du so schaffen. Joa. Ist okay. The ultimate secret. True Dragon Rise. Ist nett. We won. Aber ich glaube, vorher fand ich's cooler. Nichts gefunden, aber ein paar Punkte. Anscheinend haben wir's rechtzeitig geschafft. Glaube nicht, dass sie viel mehr tun... Dass sie viel mehr tun kann? Welche sie? Ryuno, was ist hier los? Was geschieht mit Velmas Mond? Und was ist mit Marek? Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Wie ist es geschehen? Verstehe. Gehen wir zur Burg. Hier ist es nicht sicher. Run vergeudet keine Zeit. Der Junge kann mit Leuten umgehen. Renners ist tot. Velma wurde wiedergeboren. Oh, das ist das Ende der Welt. Meine Hoffnungen. Alles, woran ich je glaubte. Zerschlagen. Zerfallen. Zerstört. Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Naja, gegen die Fünsternis kämpfen, oder? Hast ja ne Ionenkanone. Es ist nicht deine Schuld, Elena. Wir hatten keinerlei Einfluss auf die Sache mit Velma. Ja... Wir haben den Scheiß zusammengesammelt. Auf Befehl der Kirche. Was wir ja erstmal nicht wussten. Aber Elena wusste das eigentlich die ganze Zeit. Sie wusste halt nicht, wofür es da war. Aber ich hab ja schon damals gesagt, es ist vielleicht gar nicht mal so clever, die ganzen Sachen zusammenzusammeln in einer Person. Nein, es ist sehr wohl meine Schuld. Ich war eine Dienerin der Finsternis. Und ich habe auf ihr Geheiß gehandelt. Aber ja mit guten Absichten eigentlich. Also sie selbst hat ja weiterhin keinerlei Finsternis in sich. Ich erinnere mich an meinen Monolog von damals. Sie wollte Gutes. Gut, der kleine Bruder von gut gemeint. Von gut ist gut gemeint. Aber sie wollte Gutes. Sera hat dich ausgenutzt. Er weiß, er das alles geplant hat. Du konntest es nicht wissen. Ja, sehe ich auch so. Ach, Grenas. Bitte vergib mir. Er ist doch tot. Hast du gerade selber gesagt. Wach endlich auf. Du bist niemandes Sklave. Nicht Grenas, nicht Velmas. Weißt du noch, was du gesagt hast, als wir beim Volk der Finsternis waren? Du hast gesagt, du willst allen helfen. War das eine Lüge? Was? Hilfst du nur Leuten, die Grenas verehren? Das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast gemeint, was du gesagt hast. Wir sind alle Menschen. Unabhängig von unserer Herkunft und unserem Glauben. Jo. Wem diene ich? Ich diene denen, die mich brauchen. Ich diene denen, die ich liebe. Allen. Er flucht. Es hat dich sogar mitgenommen, als Millennia gestorben ist. Das ist Beweis genug. Ryudo. Du bist nicht so abgebrüht, wie du dich gerne gibst. Dafür danke ich dir. Aber es muss irgendwas geben, was wir jetzt tun können. Es gibt immer einen Weg. Ryudo. Seine Hoheit erwartet dich in seinem Büro. Komm schon, Elena. Dann gehen wir mal ins Büro. War das da durch? Audienzzimmer? War es hier? Ja, es war hier. Büro des Königs.